Osimandias Ein Wanderer kam aus altantikem Land und sprach, Verloren, rumpflos stehen aus Stein zwei Beine in der Wüste Und im Sand sank halb der Trümmer eines Kopfes ein. Der Blick, der Hönig noch befehlen will, zeigt, Daß der Künstler wohl zu gut verstand, des Herrschers trotz zu bilden, Daß er still noch zeugt von hartem Herz und harter Hand. Und auf dem Sockel steht in Stein gemeißelt, Ich, Osimandias, König aller Könige bin, Seht auf mein Werk, ihr Herrscher, und verzweifelt. Daneben nichts. Und rund um den Verfall des kolossalen Wracks dehnt weit und kahl, Der einsam weite Sand sich endlos hin. Osimandias ist ein altgriechischer Name für Ramses II., ägyptischer Pharao im 13. Jahrhundert vor Christus, Also vor mehr als 3000 Jahren. Ein Wanderer kam aus altantikem Land, das altantike Land des Ägypten, Und sprach, verloren, rumpflos stehen aus Stein zwei Beine in der Wüste Und im Sand sank halb der Trümmer eines Kopfes ein. Es handelt sich um die Überreste einer Kolossalstatue von Ramses II. Er regierte Ägypten, als es einen Höhepunkt in seiner Macht und Bedeutung erreicht hatte. Das Bild von zwei Beinen ohne Körper darüber ist geradezu grotesk und lächerlich Und nicht symbolisiert verlorene Größe mehr als ein abgeschlagener Kopf. Der Blick, der höhnisch noch befehlen will, zeigt, Daß der Künstler wohl zu gut Verstand des Herrschers trotz zu bilden, Daß er still noch zeugt von hartem Herz und harter Hand. Behauptet wird, daß der Künstler nur vordergründig den Herrscher in dieser Statue verherrlichen wollte, Und er vielmehr die Herrschsucht als solche darstellt. Was Ramses II. an Werk hinterlassen hat, ist tatsächlich spektakulär, Allerdings war das zur Entstehungszeit des Gedichtes noch nicht so offensichtlich. Das Gedicht will vielmehr so gelesen sein, als gäbe es tatsächlich keine andere Überlieferung, Diesen Herrscher betreffend, als diese zertrümmerten Reste einer Statue. Daneben nichts, und rund um den Verfall des kolossalen Wracks dehnt weit und kahl Der einsam weite Sand sich endlos hin. Es geht eben nicht um Ramses, Darum darf auch die hier gewählte Abbildung die eines anderen Herrschers sein, Sondern um den lächerlichen Kontrast zwischen dem Anspruch, die Welt zu beherrschen, und dem, was davon in späteren Zeitaltern übrig ist. Thank you so. Vielen Dank.